Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Runde Star Wars The Orte Republic. Heute melde ich mich mal von Denova oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr wo das war. Jedenfalls von der Novare Küste. Steht da unten. Egal, lassen wir das. Wie gesagt, ich bin heute ein bisschen am Highland im PvP. Und wir schauen mal was dabei so rauskommt. Bin mal gespannt, was die so drauf haben. Ich zieh mich mal brav zurück. Denn ich will ja nicht getötet werden. Jetzt mach ich mal den Dreisten. Doch, ich mach den Dreisten. Ich mach den Dreisten. Ich mache ihn. Tada. Eat it, motherfuckers. Ich hoffe, es schmeckt. Und immer schön an die Ansagen denken. Hab ich ihn auch nochmal gesagt. Gerade im Chat. Weil ich hab keinen Bock hier auf irgendwelche Pseudo-Helden. Die dann unter dem Schrech der Versorgung, dass wir das hier verkacken. Nein. Ich habe ihn auch mal gesagt. Und das hier zurück. Es ist gut. Ich mache die Ansage. Die dann Они auch ganz gut. Dann schreien sie. Ich hatte ihn. Ich mache ihn. Ich mache ihn. Ich sage dich. Ich mache ihn. Chico. Ich mache ihn. sehr gut als heiler gegen zwei dds stufs jetzt mal als dds ein ich jetzt nicht so das was ich gerne habe ich da dann lieber vorher mal die leute ein bisschen was habe ich auch noch um mich gegen den zu verteidigen zum beispiel in letzter instanz sehen hier der erste verlässt die gruppe scheiß verräter ok ist erst mal gibt es nämlich mal wieder hierhin sehe ich auch immer schön was los ist warum tun die nix ja okay jetzt haben wir alle drei auch gut ich kann nicht noch eine weile so außer gefecht setzen macht schon irgendwo spaß die so zu verarschen ok jetzt ist das zeitgleich verloren dann haue ich auch ab hier na gut hat spaß gemacht die so zum arschen ey arsch ey ich glaube es hackt bei dir mein freund schweig er geht Unbeatable, yeah Das hört man gerne Weißt du was, wir lassen ihn mal So gefällt mir das Ich kann hier machen, was ich will Ja warum habt ihr auch Ost geholt Warum habt ihr nicht Süd verteidigt Ost ist so viel schwerer zu verteidigen Komm, wir gehen auch mal da hinten hin So sieht ein Mad and Serious im Feld aus Als bester Feldsani der Welt Käme geil Oh, Süd holen sie sich jetzt, na gut Wir machen hier trotzdem noch ein bisschen Stress Und sehen schön zu, wie die hier schön zerbrechen Kann ich schon sagen, wir plätten hier gerade ein paar Noobs, oder ist das schon gemein? Ja eigentlich Tatsachenfeststellung Was Wie willst du das hier sonst nehmen? Ist ja das reinste Massaker Ja, wenn ich schon mal dabei bin, dann kann ich ja auch eigentlich Hey, gewonnen Sehr schön Ja, wo landen wir? Wo landen wir? Wo landet der Papa? Ritter und als Heiler Erster So macht es Spaß Ich gebe meine dem Oberen als MVP Und ja Schöne Runde PvP kann auch immer wieder mal Spaß machen Und ich sage dann mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal